Hallo und herzlich willkommen auf der Landscape of Randoms Map Das ist ne Jump Map, Adventure Map, sowas in die Richtung, wir fangen einfach mal an Wir müssen mal sagen, wir wurden ganz woanders gespawnt, aber wir sind einfach hierhin geflogen, weil ich das ungefähr wusste Ich lag schon im Bett, das könnte Mike jetzt auch mal machen Oh, das mach ich mal kurz Obwohl, dann liegst du jetzt im selben Bett, dann lieg ich Hast du dich jetzt gerade für die Nummer 1 entschieden und ich für die Nummer 2 Ja, das schwamm Oh, ich bin noch im kreativen Modus, das ist nicht gut Mach mal aus Okay, geändert So, dann fangen wir erstmal an, das hier zu lesen Betten sind deine, eure Checkpoints Spielt auf Friedlich, Killstation zum Spawn, keine Ahnung Jeder Spieler hat Zahl zwischen 1 und 4, du hast jetzt die 1, ich hab die 2 Sammle Diamanten, Map-Entwickler, LP, yo Du darfst Blätter und Schwämme entfernen, die Zeit verändern, Regeln anhalten, du darfst nicht Blöcke zerstören oder setzen, Feuer löschen, Cheaten, Teleporten, nur im Notfall, Spende ausleeren Okay, und wozu ist der Hebel? Start Achso, das ist der Start, warte, kurz Diamanten sind also hier die Währung oder was? Ja, ich hab schon 8 Diamanten Ich hab ein Boot Ich auch Fahre so weit, wie du kommst It's possible Das ist bestimmt nicht unmöglich Aber Boote mag, ich kann einfach nur sagen, dass ich Boote nicht leiden kann Nein Auch nicht Oh, nö, nö Waa Jetzt haben die irgendwie so schwierig steuern Meistens kaputt gegangen Das, naja, wenn du irgendwo gegenfährst Hier ist übrigens Spamm Und wieder 8 Diamanten Da ist, ich hab mir nur 1 mitgenommen Dann schwimm weiter, ist egal Ich weiß eh nicht, was schneller oder langweiliger ist Ah, ne Treppe Ne Treppe Okay, ich steck jetzt hier aus, das ätzt mich an Geh da weg, du scheiß Boot Oh mein Gott, da sind so viele Diamanten Wo? Da oben, siehst du die nicht? Ja, aber die dürfen wir nicht abbauen Ja, aber trotzdem Ich hab nur gesagt, Schwamm Okay, komm, hast du dich mit denen? Nimmst du den da? Okay, dann geh ich hier mal hoch Wamm siehst du so, was? Okay, hier fängt der, das ist hier Ach, da ist die Truhe Bist du dran? Komm schon Hast du's rausgeholt? Jetzt hab ich die Diamanten, okay Wie viel sind's? 8 auch wieder? Ja, 8 Stück Irgendwie liegt in jeder Truhe 8 Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Und hier geht's dann gleich weiter Ich werfe nur mal kurz meine Sachen weg Ich werfe die Diamanten Werfe nicht Diamanten Was steht da? Kanoing Kanoing Das heißt Kanoing, Junge Das ist Englisch Das heißt Kano fahren, Junge Nein Dachte aber auch ne Leiter Die hat mich irgendwie voll vom Springen abgehalten Ach, ja Alter, nee Das war wieder zu dumm Vorherin Vorhin Bin ich, hab ich das ganz kurz gemacht Da hab ich's gleich beim ersten Mal geschafft Und jetzt hier so was Ich kann grad gar nicht springen Ich bin irgendwie zu doof Hä? So spring ich dann nicht Alter, wieso springt der da nicht hin? Der ist irgendwie zu besoffen dafür Keine Ahnung Jepa Nein Dann hab ich nicht hochgedrückt Wenn du übrigens, du darfst hier Würde ich mal sagen Musst du auf den Block da springen Auf den da, siehst du? Ja Ich denk Ich glaub den anderen würde man nicht schaffen Ich bin drauf Okay Jetzt Ja, ich auch Hier ist wieder Schwamm Okay, bauen ab Ey, geh mal da weg Alter, ich hab die Kiste gefunden Sorry Ich geh mal hier weiter Ah, hier geht's auch weiter Äh Über mir ist ein Sound Ich komm nicht hierhin Da ist ein Sound über mir Okay, dann gehen wir hier vorne weiter Hier vorne war nämlich auch ne Leiter Echt? Stimmt ja, aber Bei der, mit der konnte man irgendwie Hä? Was soll ich denn mit der anfangen? Das geht gar nicht Hier hoch auf die Schleiter hier Guck mal Julian, auf die Leiter Ah, okay Das hab ich nicht gesehen Ups Und Geh mal nochmal hier rum Und gucke, was hier noch so ist Okay, ich hab's hier Wow Du konntest ja noch hier so lang kommen Nein, ist hier nix mehr Das ist richtig einfach ne What the fuck Okay, und jetzt Oh, scheiße Wir müssen da nicht ernsthaft runterspringen Aber, Sichi Hieranimo Ja Okay, ich bin runtergefallen Hab ein bisschen Fallschaden bekommen Aber ist egal Du bist ins rechte gegangen, ne? Ich bin in die Mitte gegangen Und ich bin draußen Okay, ich probier jetzt mal ins linke Ich spring jetzt ins linke Nein, scheiße Nicht geschafft Nicht geschafft Nicht geschafft Ich brenne Ich brenne Ich brenne Ich hab unsere ganzen Diamanten Also Ich werfe dir jetzt erstmal hier ins Wasser Ja, gleich Ja, kommen wir nicht mehr dran Oh, ich hab's geschafft, Junge Ähm Echt? Warte, ich werfe dir hier mal über den Sound Warte Ich komme nämlich nicht über den Sound rüber So Komplett alle Diamanten Ich hab's dir dir zugeworfen Ich schaffe es nur in diesen hier rein Okay Jetzt haben wir 40 Diamanten Hier schon mal weiter Moment, Moment, Moment Du bist doch in die ganz andere Richtung Hä? Hä? Mike Ich bin hier drüben Keine Ahnung Ich bin hier Ey, warte mal Hier ist noch ein Raum Da Was steht da? Kilt Station Achso, wenn man den Sprung nicht geschafft hat Hätte man da reingehen müssen Ja, das ist unnötig Ja, natürlich Du bekommst hier so andere Sachen Aber ich muss hier wieder um Ecken auf Leitern springen Ist ja typisch Ja, ich muss hier auch um Ecken auf Leitern springen Vor allem, ich hab nur noch ein Herz Okay, gut Ich geh hier immer ein bisschen auf Wanderschaft Oh, ich hab hier Schwamm Schwamm Scheiße Ähm Die Killstation fände ich jetzt aber glaube ich gerade gar nicht mal so schlecht Warum? Willst du mit mir das machen, oder? Ja, schon Obwohl, ich geh einfach hier vorne hin So, warte So Dann bin ich nämlich hier Und dann bin ich gleich wieder bei dir Warte einfach nur Ich bin gleich bei Geronimo Scheiße Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen, ne? Ist dir bewusst? Ja, tp dich doch einfach zu mir Ach komm Warte, nur im Notfall, oder? Nur im Notfall Komm, das haben wir schon im letzten Mal bei der Firejumper Map Da haben wir uns ja all schon teleportiert Wir wollen das dieses Mal nicht so gestalten, oder? Äh, diesmal irgendwie anders Wirklich tp, nur wenn man jetzt, wenn sich irgendwie jetzt, weiß ich, der Spawn nicht generiert Ja, wenn sich einfach nicht vermeiden lässt Ja, oder zum Beispiel Ey, was weiß ich, du kommst da einfach nicht mehr raus und du hast alle Diamanten Dann willst du dich ja auch nicht umbringen Das ist dann richtig, das wäre dann halt dämlich Hier hab ich schon mal Schwamm und sowas gefunden Übrigens, bei der Firejumper, weißt du, was wir da vergessen haben? Wir haben vergessen, jedes Mal die Nuggets mitzunehmen Wir hatten am Ende irgendwie nur sieben oder elf Nein, wir hatten schon 44 Nuggets, aber die lagen halt in einer Truhe Ja, eben, die lagen dann in einer Truhe drin, aber Das werde ich dann, hab ich am, werde ich am Ende, weil die ist ja noch nicht raus Werde ich das einfach hinschreiben Hä, du bist hier direkt hinter der Wand, wo ich gerade hochgehen muss Äh, ja, sozusagen Alter Vater, nein Ich komm, ich will mal die Scheiße hier loswerden Ach ey, das ist doch einfach nur Oma Scheiße Natürlich wieder nicht getroffen Alter, hier unten ist Schwamm und du renst einfach weg Hier sind acht Diamanten, da wo du reingefallen bist Echt jetzt? Ja, da waren acht Diamanten Aber das hab ich nicht gesehen Was muss man jetzt machen? Hier so Ja, du kommst jetzt eigentlich raus, müsstest du vielleicht kommen Schade Ich geh mal hier gucken, hier, da hast du schon was gemacht Ja, das hab ich schon, ich hab schon die 40 Hallo, hier geht's weiter Wie viel Diamanten hast du? Ich war da eben schon Ich bin doch eben schon im Radio Ja, plötzlich Ich hab acht Guck mal, wie viele wir schon haben Das haben wir Dann muss man hier rauf, oder da kommen wir irgendwie gar nicht drauf Ja, das ist auch irgendwie gerade so ein bisschen mein Problem Wo ich mir dann so denke, hä, wie sollen wir denn da drauf kommen? Scheiße Ich fand das schon ein bisschen scheiße, wie wir die ganze Zeit gecheatet haben bei der Firejumper, allerdings so nett Ja, danke schön Du bist ernsthaft gestorben, dadurch? Ja, weil ich nur ein halbes Herz hatte und das finde ich wieder am Anfang Okay, sorry, tut mir leid, hätte es nur sagen müssen Nein Ach so, du meinst, ah, okay Gut, ich bin wieder da, oh nee, jetzt muss ich wieder dieses Kanyoing Nein Kanyoing heißt das übrigens, Kanyoing heißt immer noch Kanu fahren, Junge Ja, ich nenne es aber so, ist mir egal Und das hast du schon davor gemacht Guck mal hier, so, dann kommst du hier raus, ne? Ich sehe gerade nix Kommst hier gleich runtergesprungen, hoffe ich mal Soll ich dich lieber doch vielleicht mal einen anderen Weg versuchen irgendwie zu gehen? Du kannst probieren, um das andere reinzuspringen, aber ich glaube, es bringt es nicht so wirklich Soll ich vielleicht mal versuchen, in der Killstation zu gucken, ob da irgendwas drin ist? Ich glaube nicht, dass in der Killstation was drin ist, aber wenn du meinst Also soll ich jetzt Mitte oder links? Ach, nimm links, ist doch egal Ich glaube, es ist auch besser, weil so können wir auf beiden Seiten Diamanten finden Ja, also da drüben habe ich übrigens schon auch Diamanten gefunden Weil ich bin da eben darüber gegangen, habe mich da so ein bisschen umgeguckt Ach, okay, geil, ich habe es geschafft Echt? Ja, ich bin drin Ja, ich habe es auch geschafft, also meine Leitern hier Echt jetzt? Du bist oben? Nein, noch nicht oben Jetzt geht aber noch viel weiter Nein, aber ich habe diesen Sprung geschafft, den wir als nicht hingekommen Hä? Okay Okay, da ist schon mal Schwamm Das ist gerade ein bisschen laggy Diamanten Nein Sag's ja, das macht viel mehr Sinn Jetzt habe ich nämlich schon Diamanten gefunden Ja, auf der Eck habe ich auch schon hier Aber die Frage ist halt, soll man da überhaupt lang gehen? Aber ich meine, wenn es jetzt die Option gibt, dann warum nicht, ne? Der Killstation ist übrigens nichts Ich wollte es nochmal an, ja Okay, was ist da, Killstation ist ja einfach nur Lava drin oder ein Kölber oder so? Ja, da sollte man sich einfach nur töten können, wenn man daneben getroffen hat Ja, was aber keinen Sinn macht, weil es ja dann schon weiter geht Ach, wieso regeneriere ich denn nicht? Ich will mich mit Diamanten regenerieren Ich mag das voll, wenn die sich so drehen Dann fahren die Pistons raus Und dann soll ich auch noch schnell genug auf die andere Seite kommen So cool Mal witzig, ne? Ich lache mich jetzt schon kurz Die Frage ist, was soll passieren? Da oben ist schon mal eine Kiste, komme ich an die ran? Okay, gut, komm Nein, ich bin hier in diesen Graben gefallen Geiße Seit eben bin ich irgendwie nicht gerannt, ich weiß auch nicht warum Ich muss mich hier höchstwahrscheinlich bald schon wieder killen, weil ich kein Weil ich Hunger kriege Und was soll ich dann machen, ne? Ich komme ja noch nicht mal mehr in die Killstation rein Ja, geil, ich bin drüben Nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen, warum denn? Hey, hier ist noch ne Killstation Das Leben ist hart und ungerecht Scheiße Tatsächlich, dort ist recht, ne Killstation ist nur einfach ein Loch mit Lava drin Ja, sowas war eigentlich klar Dann müsste auf deiner Seite der Map eigentlich auch ne Killstation sein Wie denn auf meiner Seite der Map? Ja, weil wenn bei mir auf der Seite hier schon mal ne Killstation ist, müsste bei dir auch eine sein Nee Doch nicht Hier ist nix So, das ist nochmal Nein, jetzt spring ich auch noch in die Mitte rein Die haben immer so einer Blockabstände, du weißt ja, ne? Und da, jetzt bin ich grad total in die, in den Zwischenraum da reingesprungen Ey Ich hab gleich kein Leben mehr, nur noch ein Herz Ab wie viel kann man nicht mehr, ab wie viel Hunger kann man nicht mehr rennen? Ich kann nicht mehr rennen Ab 3 Ich kann nicht mehr rennen, was soll ich jetzt machen? Kann mich dann nur killen Slash Kill Ja, was soll ich machen? Ich werfe aber erstmal die Diamanten hier hin Allein schon zur Sicherheit Slash Kill Muss aber ziemlich schnell jetzt laufen Jupp Oder du hättest dir einfach schnell die Tue zurücklegen können, das wäre noch intelligenter Stimmt Ich bin direkt hinter dir Stimmt, hast recht gehabt, dass ich machen kann Ja, meine Diamanten liegen jetzt aber auch frei rum Aber ich bin schnell genug und komm da hin Ist nicht das Problem Ja auch, ich bin ja direkt hinter dir Und hinter dir schwimmt ein Boot übrigens Ja, das hab ich grad angeschubst Jetzt muss ich's nur schaffen hier wieder Aber das packe ich auch Ja Das ging bei mir richtig schnell eigentlich da hoch Das war eigentlich easy Bei mir auch Nein Wenn man's könnte Ja, easy pe- Easy peasy Nein, die Leiter hat mich grad wieder weggeschubst Das gibt's noch mal nicht Ja klar Die Leiter Ja, ouch Bei dir nicht? Hatte ich die Leiter da nicht irgendwie behindert? Vielleicht, vielleicht, vielleicht Von Leitern zu springen ist ätzend Nein Okay, ich hab's geschafft Ihu Nein Ey, das kann echt nicht sein Das kann einfach nicht sein Ey, mein, von der Stelle kann man überhaupt nicht mehr runterfallen Da muss man schon ziemlich behindert sein Ja Das bin ich, ne? Oh man, man, man Die Diamanten sind weg Ich seh's Nein, die liegen dann irgendwie drei Minuten oder so Ey, jetzt springe ich auch, wieso springt er denn nicht? Doch dumm Bei mir springt er irgendwie grad auch nicht, gefühlt zumindestens Ach man Ja, gut Ja, gut Ich glaub, kann man hier nicht Ey, das gibt's doch nicht Da muss man, ich komme, da irgendwie da oben, wenn ich oben bin, da zweite Leiter nicht mehr drauf Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Dort scheiße, nach Bis heute Ich würde hier viel zu viel leben einfach Ja, bitte Vielen Dank.